Hallo, ich bin Vincent. Herzlich Willkommen im Vincent Hotel hier an der Südsteirischen Weinstraße, umgeben von den schönsten Weinlagen der Südsteiermark. Bitte kommen Sie rein. Hier in unserer Wohlfühl-Lodge laden wir Sie gerne auf einen erfrischenden Willkommens-Trink ein. Egal welches Zimmer Sie auch immer gebucht haben, fühlen Sie sich einfach wohl. Ob Gaubenzimmer, Klassikzimmer oder Seerosenstudio. Loden, Leinen, Samt und Holz strahlen Behaglichkeit und Wohlgefühl aus. Schnell den Bademantel überstreifen und die Tasche mit dem Badetür mitnehmen. Die Weingartenzauna und der tiefblaue Swimmingpool warten. Tanken Sie Kraft und Energie und lassen Sie Ihren Blick über die herrlichen Weinberge schweifen. Starten Sie genüsslich in den neuen Tag mit dem Langschleiferfrühstück bis 12 Uhr. Im herrlichen Frühstücksrestaurant oder auf der Terrasse. Wir servieren Ihnen herrlich duftenden Kaffee aus den besten Anbaugebieten. Etagean, gefüllt mit ausgesuchten Genüssen aus der Region und viele andere Köstlichkeiten. Weiter geht's mit unseren E-Bikes, mitten durch die südsteirischen Weinberge mit vielen Buschenschenken, die für Erholung und Erfrischung sorgen. Wir freuen uns darauf, Sie hier bei uns im Vincent Hotel verwöhnen zu dürfen. und wir freuen uns auf den nächsten Mal. Vielen Dank.